Freunde, bevor das Video losgeht, mein Partner Pico Keys hat auf jeden Fall den Bangra Boogie Emote für 25€ am Start, um genau zu sein 24,99€, checkt das Ganze aus, Freunde, das Ganze wird es auf jeden Fall nicht für immer geben, plus der Emote wird nicht in den Shop kommen, das bedeutet, der wird extrem selten bleiben, ihr könnt euch die Kundenbewertung reinziehen, Freunde, da gibt es auf jeden Fall, da könnt ihr dann einfach sehen, dass alles safe ist, dies, das, ananas, ansonsten würde ich jetzt sagen, Freunde, genug gequatscht, starten wir doch mal direkt mit dem nächsten Video, beziehungsweise mit dem eigentlichen Video, let's go! Hey, 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 Freunde, was geht ab, euer Frapsys hier, bevor das Video losgeht, Freunde, habe ich eine kleine Sache, und zwar gibt es jetzt bei Pico Keys den Bangra Boogie Emote, der exklusiv ist, nur für OnePlus Geräte und für eine bestimmte Zeit, und der wird zu 1 Million Prozent nicht in den Shop kommen, genau diese Emote, Freunde, gibt es jetzt für 24,99€ auf Pico Keys, ohne Rabattcode oder sonst was, ihr könnt den euch einfach ganz normal sneaken, also schaut da gerne vorbei, ihr könnt auch mit Paysafe Karte zahlen, checkt das Ganze einfach mal aus, Freunde, würde mich auf jeden Fall freuen, und dann würde ich jetzt eigentlich sagen, Freunde, er ist mal genug getanzt und Emote geredet. Es geht hier heute in diesem Video um auf jeden Fall eine kostenlose Lackierung, die wir jetzt demnächst erhalten werden, und zwar sogar schon morgen, und ich werde dir auf jeden Fall ganz genau erklären, wie du das Ganze bekommen kannst, und ja, also Freunde, fangen wir doch mal direkt mit dem Thema des Videos an. Und zwar kennt ihr ja sicherlich Party Royale, und Party Royale, Freunde, hatte ja auch ein Event, wo wir dann einen Emote kostenlos bekommen haben. Und nun ist es so, wenn wir jetzt, ähm, ja, an dem nächsten Event teilnehmen, da wird es wieder so eine kleine Show geben in Party Royale, dann bekommen wir wieder eine Lackierung. Das Coole daran ist aber, Freunde, ihr müsst gar nicht daran teilnehmen, sondern ihr müsst nur ein einziges Mal euer Spiel starten. Und das ist ja eben das Wichtige, deshalb möchte ich euch auf jeden Fall darüber informieren, wie genau das Ganze funktioniert, und dass ihr das Ganze am besten nicht verpassen solltet. Wenn ihr euch jetzt zwischen dem 30. und dem 1. August, also dem 30. um 2 Uhr morgens, das bedeutet, mit dem heutigen Shop-Video, was jetzt kommen wird, also das nächste vom 30., dann, Freunde, müsst ihr euch einmal einloggen, das wird auch, denke ich mal, im Shop-Video dann von mir euch, äh, vorgestellt, und dann bekommt ihr die kostenlose Lackierung. Ihr habt Zeit bis zum 1. August, das bedeutet, Freunde, ihr solltet das Ganze auf jeden Fall bis dato Safe-Call machen und euch einloggen. Wenn ihr nicht über die Konsole könnt, dann übers Handy oder sonst was. Wie sieht denn die Lackierung überhaupt aus? Ich zeige euch das Ganze, Freunde, das ist die Lackierung hier auf jeden Fall, ähm, ja, die After-Party-Lackierung, und ich sag mal so, Freunde, ihr solltet euch auf jeden Fall das Ganze gönnen, finde ich. Ähm, ist eine coole Lackierung, die bewegt sich, die ist so dynamisch, nichts Besonderes natürlich, beziehungsweise nichts extrem krasses oder so, aber, hey, Freunde, kostenlos, ist eben kostenlos, und deswegen zuschlagen, gönnen, mehr könnt ihr da nicht falsch machen. Dann wird es auf jeden Fall ein neues Paket geben im Shop, und zwar diesen weiblichen Skin, wie ihr gerade sehen könnt, ähm, dieser wird dann morgen halt verfügbar sein, sieht Real Talk echt interessant aus, das Krasse aber dabei ist, finde ich jetzt persönlich, das Rücken-Accessoire, was da mitgeliefert wird, das ist so ein DJ-Mischpult, mega geil, und die Spitzhacken sind übelzwild, denn das sind so riesengroße, äh, Klingen, die mega, mega geil ausschauen. Mir persönlich gefällt es. Außerdem ist es so, dass am Donnerstag dann, ähm, dieses Event, und deswegen bin ich auch hier gerade auf See, oder im Meer, und hier soll auf jeden Fall genau dieses Event stattfinden, oder wir sollen hier so eine geheime Mission machen, das bedeutet, wir müssen hier was abholen, irgendwo in den Bergen sind so diese Elemente drin, wie beispielsweise da hinten, diese müssen wir alle aufsammeln und bekommen dafür dann eine Belohnung. Was genau die Belohnung sein wird, wissen wir natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht, aber eventuell gibt es dort auch ebenso etwas kostenlos. Das werden wir auf jeden Fall soweit besprechen, wenn das Ganze dann draußen ist, und ansonsten sollte das eigentlich auch mit dem Video gewesen sein, ganz kurz und knackig erklärt, was da draußen in der Wildnis so abgeht, wir checken das Ganze mal aus, ich hoffe auf jeden Fall, dass auch ein Update kommen wird, aber so wie es jetzt aktuell ausschaut, wird es vorerst mal kein Update geben, und das Fortnite Geburtstagsevent ist irgendwie meiner Meinung nach einfach komplett vergessen worden. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, weil eigentlich, Freunde, muss das Fortnite Geburtstagsevent rauskommen, weil es sonst eigentlich respektlos gegenüber uns wäre, weil bis jetzt, jedes Jahr, gab es eigentlich ein Geburtstagsevent. Deswegen einfach mal abwarten, was Epic Games da jetzt genau macht, und ansonsten, Freunde, soll das dann eigentlich auch schon hier mit dem Video gewesen sein, eure Meinung gerne in den Kommentaren, checkt auf jeden Fall meinen Partner PicoKies ab, macht keinen Fehler, und dann würde ich sagen, Freunde, dass ich dann raus bin, wir hören uns so weiter in dem nächsten Video, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao!